Es ist jetzt endlich Sommer, das finde ich so schön. Im Gegensatz zu Paul, den finde ich nicht schön. Wir können Fische fischen, Bierchen zischen und im Wasser kraulen. Sommer bleibt für immer, denn nichts ist schlimmer. Wie das Gesicht von Paul und weil es hier so schön ist, mit unseren Sonnenbrillen, tun wir den ganzen Tag trotzdem nur am Handy chillen. Hast du die Story gesehen? Ja. Wow, die sieht aber schön aus. Krass, lass wieder reingehen.